Oh man, ich hoffe meine Brille fällt nicht öfters runter, weil mein Bügel ist kaputt gegangen. Schauen wir mal, da wurde jetzt geklebt. Aber ich muss nur noch einen Bügel kaufen. Ende letzten Monats. Da gibt es wieder Kohle. Also nicht wundern, wenn ich das öfter so mag, weil der Bügel ist kaputt gegangen. Okay, let's go. Ich reagiere mal kurz auf das Video. Nicht-Veganer sind Gewalttäter gegen Tiere. Change my mind, das ist alles Blödsinn. Ferus, du weißt, du kannst genau in Diskussion mit mir, würdest du verlieren, weil ich da knarrt bin. Und ich kann dir das ein bisschen besser erklären, wie Leonard das tut. Also die Leute, die argumentieren mit der Bibel. Also ich bin Jude, ich argumentiere mit der Tanach. Und nochmal, das ist ein bisschen älter noch. Eins drauf für Ferus und dann nochmal ein zweiter alter Lava kein Blödsinn Ferus. Du weißt ganz genau, wenn du die Möglichkeit nicht hättest in der modernen Zeit mit Supplies. Und Supplies sind künstlich und nicht so und sind sehr, sehr teuer. Das kann sich nicht jeder leisten. Das ist ein extravagantes Style eben. Dann würdest du auch ganz normal wie jeder andere dich ernähren. Aber gut. Ich bin selber Flexitarier. Ich sag, veganes Essen ist gar nicht so schwer. Ich werde auch mal Rezepte veröffentlichen. Vegetarier ist ein veganes Essen. Es ist halt einfach, die Kulturen, die veganen eigentlich geht, ist falsch. Wird über falsch interpretiert. Er hat es aber selber in einem Satz schon mal gesagt. Ich weiß noch, 30. oder 20. Minute. Ich möchte, dass die Kultur vom veganen Essen im Endeffekt ist. Ab und zu mal halt tierische Produkte sich zu sich nehmen. Ganz normal, gewöhnlich, ohne Supplies. Mal ganz normal mit Eiern. Oder halt eben mit gekochten Eiern oder Rühreiern. Oder halt selber du jagst einen Huhn oder wie auch immer. Wenn die Möglichkeit ist, du gehst Fische fangen, whatever. Es ist halt sehr schwierig in Deutschland mittlerweile zu jagen. Wenn du einen Hasen jagen willst oder so. Weil wenn du keinen Jägerschein hast, dann bist du erledigt. Also von daher ist es nicht so easy-beasy. Deswegen hat man ja das so gemacht gesetzlich, dass man sagt, da gibt es die Supermärkte, die Massenanfertigung machen, damit du günstig halt eben Salami kriegen kannst. Also Rindersalami oder dementsprechend halt eben Beef und so weiter und so fort. Könnte man auch mal so machen, dass man sagt, wir abschließen alle Supermärkte. Aber ich glaube, dann werden die meisten Menschen Krieg führen und nicht einverstanden damit sein. Also da steht Ferus und viele Veganer auch ziemlich alleine da. Aber wie gesagt, Veganismus ist ein bisschen so eine Extremisten-Sektenkultur. Und Flexitarier sind also die beste Option, die ihr machen könnt. Also ich bin Flexitarier, ich habe es ja vorher erwähnt, der Brennere nicht so wenig wie möglich von Fleisch. Aber tierischen Fette braucht man. Aber was man zum Beispiel machen kann, man kann wirklich, auch wenn ihr Maurer seid oder Dachdecker, ihr habt eine Bratpfanne, ihr habt Butter oder ihr habt vegane Margarine oder ihr habt veganes Öl. Naja, ihr könnt da einfach Schupfnudeln machen oder Eierspätzle bezweigen. Eierspätzle ist dann halt eben, je nachdem welcher Nütz, ich glaube es gibt auch veganische Eierspätzle, aber ihr könnt auch die vegetarisch hart nehmen. Ist ja auch in Ordnung und dann könnt ihr halt dementsprechend euch einmal in der Woche Fleisch gönnen. So 150 Gramm, höchstens 300 Gramm, wenn es einem dressiert sein muss. Und ansonsten esst ihr halt nächste Woche halt nur vegetarisch oder vegan halt, ne? Übernächste Woche genauso und dann halt ein bisschen wieder Fleisch, ne? Damit ihr eure Supplies natürlich bekommt. Und darum geht es letztendlich. Das Thema Chant My Mind ist Blödsinn. Weil er wird ja leider, es sind die meisten YouTuber Manipulanten, Lucifianer, so wie er leider. Leider. Und die wollen halt nur in ihre Blase bleiben. Und die werden auch ihr Mind nicht changen, weil die bleiben da auf diesem Kurs. Einmal ist ein Kurs gewählt, kannst du, sind die meisten, die gehen nicht davon ab. Sie sind in ihrer Matrix gefangen. Also ich, Supervision, Nahtoderfahrung, Supervision. Ich bin super, 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 super überspitzt zu sagen, warum diese ganzen Pappnasen gegen mich eine Runde verlieren würden. Also generell, der zweite Aspekt ist der Mensch. Das ist ein Säugetier. Das ist ganz normal eine Nahrungskette der Säugetiere. Früher wurde der Mensch gegessen. Das habe ich mal im Video drüber gemacht. Und jetzt kann der Mensch halt eben, ist er der Chef der ganzen Linie. Über Wale, über der Meere, über Land. Und kann halt eben, so wie der Löwe damals, der Chef war vor vielen, vielen Jahrtausend Jahren, kann halt eben die Nahrungszufuhr für sich beanspruchen. Und das ist halt eben so, das ist Biologie gegeben, oder Hashem gegeben, kann man mal nennen, wie man will. Und das ist halt eben die Naturordnung. Und da ist halt der Mensch in der höchsten Kette, hat es geschafft, nicht mehr aufgefressen zu werden von Säbelzahntigern und von Riesenhosen für Mammuts. Und jetzt ist es halt so, dass der Mensch halt ausbeutet die Tiere. Und das ist halt momentan ein Problem, was wir haben. Und die Ausbeutung müsste halt aufhören. Aber die muss jeder Mensch von sich selbst erstmal anfangen und dann muss die Industrie halt auch ein Riegel vorgeschoben werden. Es wird aber nicht passieren, das sage ich euch gleich. Deswegen ist es eine, diese Kultur, diese Veganer wird auch sterben. Also dieser Idealismus, der geht, der checkt einfach nicht die Naturordnung des Infinity Wesens, der Matrix in diesem Programm, in dem wir alle leben. Und das ist so programmiert, dass die Staaten regieren. Und diese Staaten sind halt die Konzerne, das Militär, die Pharmaindustrie und, 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 die halt da mitmischen. Ich werde das jetzt nicht ausweiten, das Thema. Das hat Pharmaindustrie mit Ernährung zu tun. Das ist viel zu weit. Es geht hier nur um kurz wie möglich ein Feedbackvideo dazu machen, um euch ein bisschen einiges zu erklären. Und deswegen wird das nicht stattfinden. Das ist Quatsch. Ferso belügt sich hier selbst. Ich finde es gut, wenn jemand sagt, okay, er will sich selbst belügen, um diese Veganismus zu leben. Aber dann soll er das ehrlich meinen, change my mind. Weil jeder, weil wenn es vernünftig ist, wenn er vernünftig zuhören würde, würde er merken, ja, der Andi hat recht. Ist leider so. Muss ich akzeptieren. Und das ist nur für mich die Entscheidung so zu leben. Das heißt, wenn ihr euch vegan oder vegetarisch oder so wie ich flexi gehe entscheidet, egal welche Richtung, um sparsam zu leben, viel Obst zu essen, viel Gemüse, viel Joghurt zu essen jeden Tag. Wenn ihr euch entscheidet, also wirklich Äpfel zu essen jeden Tag, kein Apfel, Orange, Mandarine, Bananen, dann Erdnüsse, dann Beeren zum Beispiel, Edbeeren. Was gibt es noch? So Schnittlauch, Quark und so weiter und Käse, dann müsst ihr halt das auch durchziehen. Und das ist gar nicht so easy-beasy. Und dann habt ihr halt eben auch ein gesundes Lebensstandort. Ihr müsst aber natürlich das essen, was euch schmeckt. Ihr könnt euch nicht auf irgendein Niveau bewegen, wo ihr sagt, der schmeckt mir nicht der Scheiß. Das bringt euch nichts. Und das muss freien Stücken, freien Willen und rein im Herzen geschehen. Diese drei Faktoren müssen vorhanden sein, aber sonst macht das alles keinen Sinn, dieser Kult. Aber diese Tierschützer-Quatsch, diese Tierschützen, das weiß der Mensch nicht. Weil der Mensch, die meisten Menschen, außer ich, ich weiß es, höheres Wesen, Superdischen geworden, die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie die Tiere fühlen. Und die Tiere haben keinen so Verstand wie der Mensch. Der Mensch lebt in einer ganz anderen Bubble-Blase wie ein Hund oder wie eine Katze. Wenn es eine Katze was zum Essen gibt, dann ist die super glücklich, die super happy. Und ich hatte das natürlich erlebt. Ich hatte früher von einer Bekannten die Katze zwar gefunden, blöd war, ich habe sie gefüttert. Und aus irgendeinem Grund werde ich das nie verstehen, warum die Tiere in mir was sehen, die mich mögen, obwohl ich die Tiere nicht leiden kann. Dennoch für die Tiere spreche, obwohl ich diese Vieh ja nicht leiden kann, dennoch für sie einspreche. Wahnsinn! Super Edition! Seht ihr so! Ein Sith Lord, der die Jedi beschützt! Ha! Oh Mann, ist das krass, oder was? Ein Vampir, der den Menschen hilft. So kann man sich das vorstellen. Ja, aber es geht ums Prinzip. Und diese Katze ist halt nicht mehr, die wollte mir von der Seite nicht weichen. Das fand ich nicht lustig. Die ist bis nach Hause gegangen, meine Mutter hat gesagt, ey, wie du es immer gemacht hast, die Katze bleibt draußen. Und dann habe ich der Katze gesagt, ey, geh zu deinen Herren. Ich habe dich zu deinen Herren gebracht, nicht zu mir, nicht zu mir. Und das ist halt eben, das ist vom Verstand, was ich euch erklären will. Katze versteht das nicht, weil du das Leben gerettet hast. Ich habe nicht gewusst, dass die Katze den Arsch gerettet habe, dass ich verhungert war. Das ist halt einfach so passiert, mein Gott. Ich habe nichts besonderes gemacht. Es gibt so viele Menschen, die Tiere retten. Und das sollte normal sein, dass man halt Tiere mit Respekt behandelt. Aber gut, lange Rede, kurzen Sinn. Und von daher ist es halt so, das ist für euch exklusiv. Und das sollte man auch für sich so exklusiv halt erhalten. Deswegen change my mind, nicht mit mir. Und wäre schön, wenn du mal so wieder mal einen anderen Punkt machen könntest, wo du nicht so heuchlerisch wärst. Dass du auf meine Anfragen nicht zurückschreibst, ist ja nicht so schlimm. Du hast aber sowieso viel zu tun. Ich bin sowieso Nobody-YouTuber. Und wir wissen ja, wenn ich eine Million Abonnenten, dann wäre was anderes. Aber habe ich nicht halt eben und dann ist das. So, mein Heiz ein bisschen niedriger gemacht. Und dann ist das halt eben halt nicht gang und gäbe. Aber das war es auch für mich. Trotzdem muss ich auch sagen, dass du was machst, Verderungs mit einigen Themen. Finde ich cool, dass du halt da ein bisschen Aufmerksamkeit bekommst. Hast du dir auch verdient. Du bist ja kein dummer Kerl. Ein vernünftiger, ein vernünftiger, ja gut, ein bisschen in der Bubble Blase bist du auch gefangen. Das ist aber jeder von uns. Aber von dem Konzept her bist du gar nicht so verkehrt. Und dann auch zu diesen Aussagen von Leuten, die was schreiben oder so, weil er halt eben auch ein AfDler, AfD-Fürsprecher ist. Oder weil er dies und dies sagt. Leute, das ist halt Führers Meinung. Die muss man nicht sein. Das ist normal. Aber Nazi ist er nicht. Ich bin Jude. Ich kann euch zu 1000% den Stempel geben. Nazi frei. Ihr könnt ruhig so einen Kanal abonnieren. Aber vergesst nicht, jeder Mensch hat eine gewisse Meinung. Und bei manchen Sachen, da gibt es Fakten. Also was ich euch gesagt habe, was ich euch sage, das ist nicht eine Meinung. Und das sind Fakten. Das ist so. Dass der Mensch eben halt eben sich erarbeitet hat, ganz oben in der Reihe zu sein. Und dann muss aber der Mensch trotzdem für sich entscheiden, welchen Weg er gehen will. Abschließend will ich noch dazu sagen, um das Video nicht hier in den Luft zu sprengen. Ich habe eine Regie im Hintergrund, die sagen das hier schon wieder zu sagen. Ach, leck mich da am Arsch. Abschließend will ich sagen, ihr müsst selbst entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Wollt ihr Sith Lord gehen oder den Jedi Weg oder wollt ihr den Gree Weg gehen? Also so zwischen der Mitte sein. Und das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Aber wichtig ist, dass ihr immer euch so ernährt, dass ihr euch damit nicht schadet. Das heißt, wenn ihr nur vegan esst und ihr nehmt euch die tierischen Fette nicht zu. Also vor allem die teuren tierischen Fette. Supplies ist eine Lüge. Supplies ist im Endeffekt da, wo weggenommen wird. Und was ergänzt wird, wird wieder woanders was weggenommen. Supplies, letztendlich das auch machen, Umweltschaden. Ich will da aber auch nicht tiefer eingehen, weil es gibt so viele Nachweise, dass Supplies nicht so einfach zu machen sind. Das ist alles. Also gibt es immer so auch Nebenwirkungen bei Supplies. Es ist nicht so wie alles, wo so Freude, Freude gucken von den verrückten Veganern, extremen veganer Kultur gesagt wird. Das ist nicht so. Hashem hat alles erschaffen. Er hört sich nie. Ist nirgends Wesen. Und da muss halt der Mensch für sich entscheiden, wo will ich hin mit der Ernährung. Will ich für mich eine gute Ernährung haben, eine gesunde Ernährung? Oder will ich wegen irgendwelchen ethnischen Sachen. Die Leute, die selber nie gejagt haben, also die selber auch nie getötet haben. Ich durfte halt einen Hasen killen, das war jetzt nichts besonderes. Ich war aber auf dem Schlachthaus. Also ich durfte da nur zugucken, wie halt die Kuh gekillt wird und das Schwein. Ich durfte selber nicht ran, weil das war damals halt nicht so in der Ausbildung noch damals gewollt. Da war der Chef erstmal, obwohl ich schon geil war drauf, ein paar Leute ins Abzug. Ich bin halt eben anders drauf. Aber generell, wenn ihr ein Leben wegnimmt, dann müsst ihr halt damit klarkommen. Und es ist was, muss man auch sagen, Ferros sehr gute Argumentation sagt, es ist einfach in ein Kaufhaus zu gehen und sich das Essen zu kaufen, als wenn man selber es killt. Es ist ganz anders. Und ich durfte halt, das haben meine Eltern nie erfahren, ich einfach, warum sollte ich das jetzt sehen? Ich fand das für mich ganz normal. Ich war befreundet mit, früher einen Bauern, einen Klassenkameraden, richtig coolen Typen. Und der hatte einfach, ein lustiger Kerl und der hat mich mitgenommen, eingeladen zu sich nach Hause und da haben wir die Hühner geschlachtet. Und ich habe halt eben das Huhn gerupft. Im Kopf. Mit seiner Hilfe dann so. Und das war für mich nichts Besonderes. Wo ich gesagt habe, oh Schweine, nein Koxen, ich habe einen Menschen getötet. Wie die Leute halt schwach sind. Ich hasse Schwache. Also ich hasse Schwäche, weil die Seuchelei ist fürchte ich. Und dann habe ich das gerupft. Und dann habe ich gesagt, oh krass, so geht das. Der Kopf und da war nichts. Und ich war einfach weitergemacht. Da habe ich das selbst aufbereitet. Sehr interessant. Sehr interessant. Und ich habe auch Fisch gejagt, einen Kappen gejagt. Also Gosen, ein Hering auch so damals. Im Schulantreiben, da war ich noch jung. Später durfte ich den Fischen mit guten Bekannten. Das war richtig cool. Und dann war dann der Angel so. Und ich so. Ich habe meinen Bekannten, was machst du da? Ich habe den Fisch gestreichelt erst mal. Und dann habe ich ihn so. Und dann habe ich noch gebetet. Danke, danke für mein Bekannte. Alter, du bist total crazy. Ich glaube, da war ich zwölf oder elf oder zwölf. Ja, dann habe ich natürlich zubereitet. Also wenn ihr sowas nicht machen könnt, dann seid, dann werdet vegan. Wirklich dann. Ey, ich habe Angst. Blblblbl, ich bin so Eierschwächling. Deswegen muss man vegan. Aber wenn ihr so knarrert seid wie ich, dann könnt ihr euch entscheiden halt dann ganz anders. Also wie gesagt, aus ethnischen Gründen gute, vernünftige Vernunft. Aber generell muss man das nicht glauben. Daher ist es auch Quatsch mit Nicht-Veganer sind Gewalttäter gegen Tiere. Das sind sie nicht. Das ist Bullshit. Das ist immer diese Trigger. Man versucht die zu triggern. Also Leute zu manipulieren. Triggern bedeutet im Endeffekt Leute zu provozieren. Und das ist Bullshit. Das ist auch Quatsch. Ich habe mir das angeschaut, was Nikolai Binner gesagt hat. Nikolai Binner, das ist so eine Argumentation. War nicht verkehrt. Aber ich habe es besser argumentiert. Und dann habe ich angeschaut, so mit diesem Mann, der davor war, der total blödsinnig gelabert hat. Aber ja klar, der erste Gast ist meistens immer halt nicht so... Also die meisten befassen sich halt damit auch nicht. Der Ferro sagt, weiß nicht, ich denke nicht, haben die meisten nie selber Tiere getötet. Die waren nie im Schlachthaus. Die waren nie beim Metzger und so. Ich habe das gerne gelernt gehabt, wenn man beim Metzger das macht. Wie man die Fleisch zackt und so. Aber ich habe nie darüber erzählt gehabt. Als ich als Lebenstechniker in der Fleischproduktion war. Warum soll ich darüber erzählen? Leute, ey, vielleicht wäre ich berühmt geworden. Ey, gib mir eine Kuh, dann zeige ich euch, wie man eine Kuh... Aber lange Rede kurz sind. Man muss da einfach, man muss da einfach Biologie das ansehen. Ja, Biologie. Ja Leute, das war es von mir. Ich habe es versucht, kurz zu halten. Aber ich scheiße nicht. Ich will ja auch euch ein bisschen so mitnehmen in die größere Battle-Industrie. Nicht nur diese kleine, die der Ferro macht. Ansonsten, das war es von mir. Haut euch nein. Ich werde zu einem anderen Video reagieren. Ansonsten, ja genau, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Und sagen, ey, der Typ ist so Hardcore. Das ist mein Kanal. Da könnt ihr drauf gehen. Ähm... Und... Dann könnt ihr auch dieses Thema mit AfD, Junge Alternative anschauen, da wo ich das auch sehr kritisiert habe. Mittlerweile kritisiere ich wirklich die hier, die AfD, weil die AfD ist ganz lustig zu kritisieren. Ähm... Mach auch demnächst wieder mal ein paar Game-Videos. Aber es muss immer. Ich habe ja immer versprochen, AfD mal ein Thema rauszubringen. Und AfD natürlich zu kritisieren. Ich werde auch die SPD kritisieren und viele andere YouTuber auch kritisieren. Ab heute war halt Axel Ostfest mit diesem einen Thema dran. Ne... An die anderen Themen, ähm... Die da wo jetzt aufgetreten ist. Die wenn ihr Bock habt, kann ich das auch machen. Ähm... Menschen sind nochmal so... Steht auch in der Tarnacht drin, dass Menschen halt nur... Die meisten Menschen... Außer... Ne... Ich... Superdischen-Erfahrungen gesammelt. Waren in höheren Sphären. Und dann ist man Superdischen, ne... Und immer eins plus mehr. Ha! Haut euch rein, Leute! AchtetNichter und ein paar Minuten...